Willkommen in der Dr. Oetker Versuchsküche. Heute lernen Sie bei uns, wie Sie eine Torte mit Marzipan einkleiden und wir zeigen Ihnen zwei kreative Dekorationsvorschläge. Die Marzipandecke lässt sich am besten verarbeiten, wenn sie Zimmertemperatur hat. Rollen Sie die fertige Decke aus und glätten Sie sie, wenn nötig. Sie haftet am besten auf einer Torte, wenn sie auf eine dünne Creme- oder Sahneschicht gelegt wird. Die Decke mit der Folie nach oben mittig auf die Torte legen. Folie vorsichtig abziehen. Decke seitlich gleichmäßig rundherum andrücken. Die überstehenden Marzipanreste schneiden Sie mit einem scharfen Messer ab. Naschen erlaubt. Schnell und einfach ist unsere nächste Dekorationsidee. Schmelzen Sie mit einem Wasserbad die Schokolade in einem Gefrierbeutel. Dann eine winzige Ecke abschneiden, damit nicht so viel Schokolade auf einmal herauskommt. Malen Sie mit Schwung zarte Kringel auf die Torte. Das gelingt Ihnen prima, wenn Sie am Rand beginnen. Verzieren Sie die gekringelte Oberfläche gleich mit hellen und dunklen Schokoherzen. Eine dekorative Variante ist, wenn die Marzipandecke wie ein Vorhang um die Torte drapiert ist. Nur nach oben etwas andrücken. Am Rand fallen die Falten nun wie ein Vorhang. Durch leichtes Zusammendrücken heben Sie sie noch ein bisschen hervor. Lassen Sie außen einen breiten Rand und stechen Sie aus der Mitte unterschiedlich große Sterne aus. Und wieder vorsichtig auflegen. Schon fast fertig. Nur den Rand leicht andrücken. Zur Krönung Ihres Meisterwerks füllen Sie die Sternvertiefungen mit Haselnusskrokant und setzen die ausgestochenen Marzipansterne um die Krokantsterne herum. Sie mögen es lieber bunt oder schokoladig? Die Vielfalt der Dr. Oetker Dekorprodukte macht es möglich. Viele weitere leckere Rezeptideen finden Sie auf oetker.de. Die Dr. Oetker Versuchsküche wünscht Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.